Schwierige Zeiten durchleben Daniel, Aminati und seine Frau Patrice seit ein paar Monaten. Die 29-Jährige ist an Hautkrebs erkrankt und kämpft seitdem tapfer gegen die heimtückische Krankheit. Immer an ihrer Seite Ehemann Daniel und Töchterchen Charlie Malika. Dass Kinder den eigenen Schmerz oft besser ertragen lassen, ist keine Seltenheit. So beweist ein neues Instagram-Reel von Daniel, dass sich die kleine Familie nicht unterkriegen lässt und so gut es geht ihren Alltag normal gestaltet. Dazu gehört natürlich auch, unvergessliche Momente für Charlie Malika zu schaffen. Und das gelingt dem 50-Jährigen hervorragend. Er sitzt mit ihr in einer riesigen Tasse, die unermüdlich im Kreis fährt. Die Einjährige gluckst und freut sich genauso wie Papa Daniel. Bei diesen süßen Aufnahmen geht Mama Patrice sicher das Herz auf.